hallo leute ja ja kleines infovideos und zwar werde ich nächste zeit nichts aufnehmen das heißt keine smt videos lol videos habe ich en masse man merkt so ein bisschen meiner stimme glaube ich ich bin erkältet weiß nicht ganz was ich habe meine stimme schon seit einer woche so ich wusste ab und zu mal aber ansonsten geht es mir nicht ganz gut so irgendwie mit meiner stimme hochkommen oder ähnliches schaffe ich nicht mehr bei mir bricht einfach nur die stimme ab und ja außerdem muss ich schau dass demnächst wieder meinen alten bildschirm hinbekommen weil mein bildschirm ist mir heute abgeschmiert ich musste jetzt ein ersatzbildschirm nehmen der recht klein ist in der ungewohnten alles beschissen also ich wollte nur mal schnell formieren smt videos wird es wahrscheinlich erst mal keine geben da ich die die ich nicht jetzt letzten zuerst eine schnelle aufgenommen habe weil ich keine zeit hatte schon hochgeladen habe soweit ich weiß weiß ich den zweiten nicht vergessen habe das heißt wird jetzt leider wieder erst mal keine geben weil videos kann ich weiterhin welche hochladen ja ansonsten mal schauen vielleicht nämlich noch mit flo ein bisserl auf dota oder so weil da muss ich meine stimme nicht verändern oder lol oder smite oder ähnliches müssen wir mal schauen ob wir da irgendwie zeit hinbekommen und was hinbekommen ansonsten ja das bild werde ich mal wieder in beschreibung setzen ansonsten hoffe ich dass ich mir einfach mal was da lasst so von kommentaren her also bei anderen videos bei dem hier wenn ihr wollt ist eure entscheidung das heißt wir sehen uns dann beim nächsten video was wahrscheinlich ein lol video sein wird oder in dem fall wahrscheinlich beim nächsten smt video bis dahin auf wiedersehen leute und viel spaß mit youtube welches immer beschissener wird